Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Biomutin und diesmal mit einer funktionierenden Mikroaufnahme und nicht so wie bei den letzten drei Folgen, wo ich nachkommentiert habe. Ja, ist halt blöd gelaufen, ne? Was soll man machen? Aber, naja gut, es ist egal. Wir haben wieder ein funktionierendes Mikrofon. Ich habe den Fehler gefixt, das sage ich mal so. Und es funktioniert wieder. So, wir hatten ja in der letzten Folge, hatte ich ja gesagt, dass wir die Hauptquest hier weiter verfolgen. Wenn wir schon mal dabei sind, warum nicht, ne? Was ist denn hier unten? Mhm. Gucken wir auch nochmal rein. Ähm, und dann werden wir mal gucken, ähm, was wir dann nachmachen. Ob wir dann, äh, die Hauptquest weiterverfolgen oder ob wir dann nach der Mission die Nebenquest weitermachen. Ähm, wir haben ja einiges, äh, einiges noch zu tun hier in dem Spiel. Ist ja jetzt nicht so, dass wir hier Langeweile haben. Finde den Mute. Das müssen wir machen. Das ist unsere Aufgabe. Das sollten wir eigentlich hinkriegen. Das sollten wir eigentlich hinkriegen. So, äh, du, 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 du. Du hast die Mute-Wiese entdeckt. Vorsicht vor den Mute. Was? Vorsicht vor den Mute-Wiese? So, das greift mich doch gar nicht an. Hä, das sollen wir doch gar nicht anstreifen. Hä? So, komm jetzt. Jetzt. Jetzt kriegt ihr alle eine geprügelt. So, links, rechts, links, rechts, Mitte, oben, unten. Na, guck mal, wie er fliegt. Tschüss. So. Oh Gott, ist ja süß. Tu le ne, Asu. Sagt, du warst stets zurückhaltend. Doch jetzt handelst du wenigstens. Ja, danke. Te veile, Emanuel. Möchte wissen, welche guten Taten du in einer so kaputten Welt wie dieser meinst. Ihr seht euch später. Alles klar, mein Kumpel. Wer bist du? Sagt, man sollte meinen, der Weltuntergang würde alle davon abhalten, nach mehr Möglichkeiten zu suchen, die Welt hoch zu jagen. Was? Warum jagt Bumm Dinge in der Luft? Meint es nicht zu wissen, aber er hört nicht damit auf. Sagt, die Oma von Bumm hat auch gerne Sachen in die Luft gejagt. Ich denke mir, das kommt so vor, eine alte Oma hat wieder gesagt. Sie hat dem kleinen Bumm alles beigebracht, was sie wusste. Okay. Er ist jedoch über sie hinaus explodiert. Ja. Hofft, dass du Bumm ebenfalls entschärfen kannst. Bumm, plottiere. Okay. Gut. Oh, ist das süß. Oh, ist das süß. Wie ist das süß. Was? So, komm, Jude. Komm. Frau des Halbenglückerlein. Tja, kann ich das mal sehen. Ich kann das halt. Die Stämme brauchen jemanden, der sie eint. Ja, das mache ich doch. Warum steigt hier das Wasser? So, Jude, komm. Hey, Jude. Jude lang. Komm. Oh nein, ich habe es gemisst. Ja, genau. Jude, hör auf. Ich will dich nicht erschießen. Jude, hör auf. Bleib ein Fan. Aua. Jetzt rollt mich das Ding sogar noch. Möge. Jude, hau ab jetzt. Du störst in dem Kampf. Ist ja nett und lieb, dass du helfen willst, aber du kannst mir helfen. Ich komme auch alleine da. Danke, das war gut. Loll. Äh, warum rollt mich diese komische Ratte? Äh, warum rollt mich diese Ratte immer? Out. Out. Au. Warum rollt diese Ratte mich immer? Dafür kommt der Spruch, willst du mich freuen? Eine ganz neue Bedeutung. Ja, genau. Gib's ihn. Gib's ihn. Hau ihn aus. Hau. Hau. Was haben wir noch? Komm, Jude. Komm. Komm her. Komm her. Komm. Komm. Falscher Weg. Ja. Atme die frische Luft ein. Ja. Mach die Nase hoch. Man kann sie nicht noch höher tragen. So. Kommst du jetzt? Mein Gott. Immer dieses. Immer dieses Extravagante. Ein neuer Tag. Ein neuer Anfang. Trautes Heim. Glück allein. Er kommt jetzt hier nicht reingesprungen. Gut. Wo ist er denn? Komm her. Komm. Ja. Ah. Ja. Ja. Ja, schön elegant die Treppe runter. Ja. Das war's so weit. Wünscht, du hättest deine Eltern nicht verloren. Aber ihr Glanz lebt. Der Mute scheint ruhiger zu sein, seit er wieder im Stall ist. Aber Noko sorgt sich immer noch. Sie meint, der Mute hat immer noch Angst. Aber sie hat eine Idee, was ihn beruhigen könnte. Oh Gott, hier ist ganz... Einmal hat der Mute aus Versehen ein Bonbon-Gummi gefressen. Er war so sehr mit Kauen beschäftigt, dass er sich entspannt hat. Sie meint, beim Kreuzweg solltest du ein paar Bonbon-Gummis für den Mute finden. Dort ist sie zumindest beim letzten Mal fündig geworden. Ein Kreuzweg-Halt, wo sich zwei Straßen kreuzen und zusammenführen. Dieser befindet sich in Sektor 7J, falls du Stein als Karte kennst. Okay, jetzt gucken wir mal auf der Karte. Mhm, okay. Was sollten wir eigentlich hinkriegen? Es gibt nicht mehr viele Tage. Vergeude sie nicht. Naja. Ey, das ist unfair. Juhu. Da brennt die Luft. Mhm. 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 Ja. 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 Oh, das ist noch knapp. Autsch. Aua. Das hat wehgetan. Es sollte es auch wehtun. Blöter mal. So. Wobei die auch. Das sieht nach robusten Holzresten aus. So, müssen wir mal gucken, wo die Bonbon-Gummi sind. Ein Kreuzweg. Du musst eine Entscheidung treffen. Welchen Weg nimmst du? Okay, ich muss da hoch, dann muss ich von dort da rüber. Okay. Zeit für ein Abenteuer. Ein gutes oder schlechtes. Okay. Warte mal. Haben wir hier noch was? Ja, den Übergang. Gut. Konzentrier dich auf das Seil. Hier wird der richtige Schlüssel benötigt. Solche Kurbeln müssen für gewöhnlich gedreht werden, damit etwas herauskommt. Du kriegst das, was du siehst. Sobald die Glückskiste es freigibt, natürlich. Über die könntest du betätige die Schalter in der richtigen Reihenfolge, um dem Strom grünes Licht zu geben und die Elektronen in der Platte zu aktivieren. Okay. Jetzt müssen wir mal wissen, in welche Reihenfolge, ne? Okay. 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 Ich frage mich jetzt nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich habe es in die Geschichte. So. Ah, jetzt haben wir die Tür offen. Ich auch muss sehen. Okay. Warte mal, hier ist irgendwo was. Was hat er denn für uns hier? Keto, schweig, keto, la, keto. Plaudert gerne mit, ob plosiv oder... Meint, unter dem Tuckerhof gibt es jemanden, der von Technologie aus den alten Tagen förmlich besessen ist. Der Trübschnauber gehört auf den Grund des Nasses. Wird hier sein, wenn du zurückkommst. Plaudert gerne mit, ob plosiv oder nicht. Ich wünsche dir alles Gute. Gut, dann gehen wir erst mal zurück. Und schauen mal, ob wir... Anscheinend haben wir das ja erfüllt, die Quest. Hm, da unten ist auch noch jemand. Schauen wir mal, die müssen wir langen. Tschüss. Gut, dann geht's. Ich mache noch hier schnell ein Pfandmehl. Ja, genau, leg dich mal hin. Perfekt. Das wäre doch das perfekte Pfandmehl, würde ich sagen. So. Das Bonbon-Gummi lenkt den Mute so sehr ab, dass er sich beruhigt. Aber Noco sorgt sich immer noch. Sie ist froh, dass der Mute sich beruhigt hat. Doch um ihn zu reiten, benötigst du einen schwereren Festsitz, als sie dir geben kann. Der einzige schwere Festsitz, der ihr einfällt, ist der auf einem Mekka-Mute aus der alten Welt, den sie gesehen hat. Wenn sie sich recht erinnert, hat sie ihn bei der Lachikaufaria gesehen, als sie nach Leckereien für die Znigen suchte. Also nicht so weit entfernt. Ein Sitz, den du auf dem Rücken deines Reittiers festschnallst. Ohne kann es ganz schön holprig und riskant werden. Okay, der Mega-Mute. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich da hin will. Ja, schmuckst mit ihm. Genau. Warte mal, wir gucken mal kurz hier. Mal sehen. Auf der Karte. Hier ist er. Das heißt, ich müsste hier eigentlich mal hin spawnen. Und dann müsste ich von hier aus praktisch eigentlich nur hochgehen. Das wäre, glaube ich, das Dichteste hier. Machen wir hier die Schnellreise. Der Abstieg ist immer schwerer als der Aufstieg. Mhm. Weise Worte. Genau. Dann müsste ich jetzt praktisch eigentlich nur hier runtergehen. Und hier die Straße hoch. Dann wäre ich da eigentlich schon... ...dort. ...dort. Okay. Gut. Dann würde ich sagen... ...dann würde ich sagen, dann war es... ...das erst mal von der Folge. Ähm. Wir schauen mal, ob wir dann in eine... Ich glaube, wir machen in der nächsten Folge... ...den Mega-Mute auf jeden Fall weiter. Also die Hauptquest. Und werden dann mal gucken... ...wie weit wir kommen mit der Hauptquest. Also wie lange das dauert. Und ob wir vielleicht noch die nächste Hauptquest dann mitmachen. Oder ob wir danach noch eine Neemission machen. Ähm. Ähm. Gut. Dann belassen wir das erst mal hier so. Würde ich sagen. Ja. Gut. Dann, äh, wie gesagt... ...vielen Dank fürs Reinschalten. Falls euch die Folge natürlich gefallen hat... ...dann wisst ihr ja Bescheid. Dann lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Äh. Gerne auch Feedback in den Kommentaren. Das würde mich auch freuen. Und ja. Dann würde ich sagen... ...sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe ihr auch. Und ja. Dann würde ich sagen... ...bis zum nächsten Mal. Tschüssü. Tschüssüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.